Ja, Hi! Moin Moin Leute! Sind das wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück im Euro Truck. Actros ist immer noch am Start. Ich habe noch nicht gewechselt. Wir haben Auftrag von der Dispo bekommen. Wir müssen unseren Auflieger, Container-Auflieger in den Norden hier von Nordmazedonien bringen. Und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit auf die Tour. Ist gar nicht so lang. Daher würde ich sagen, nicht lang schnacken. Ich schalte das Radio ein und dann geht es auch schon los. Und dann sind wir wieder. Let's go! Bevor einer fragt, es ist nicht Multiplayer. Da habe ich in der letzten Folge ja schon dazu entschieden, ein paar Folgen jetzt hier mit ProMods im Singleplay durchzuführen. Auf dem Multiplayer ist echt nicht mehr viel los. Also. Bis zum nächsten Mal. Sch 7 6 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.